Aufgepasst! Im Bromau knallt ihr nur ein bisschen. Am Start etwas mehr. Komm mit der schnelle Kräfte! Aus einer frühen Schlag. Der Schweizer war eine der Favoriten. Und mehrfache Siege. ... 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 Das ist der fahrende Rennstensiv. Der Nützler hat die Renn vorgemacht. Das Problem bei Zittl Aus Rübeck mit dem gelben Sack, ja genau. Wir haben alle Chancen auf den Sieg, das Windlein aus Rennstensiv. Das ist der fahrende Rennstensiv.